Ja, willkommen zurück bei Infra, dem schon 22. Teil jetzt hier. Ja, wir waren letztes Mal hier nach mehrmaligen Versuchen, haben wir es dann noch geschafft. Und haben den Bolzenschneider hier gefunden und konnten dann hier alles aufmachen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Da ist schon wieder was zum... Ah, mit Strom spielt man nicht, sagt man. Finger weg vom Strom. Okay. Oh, toll. Da sind wir reingekommen. Die Tür sieht zu aus. Yes. Und hier... Kennt ihr das? So hier drauf stellen und dann... Ne, ne, ne. Kleine Unsinnnige Sachen haben wir hier im Kopf. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Kann man sich so schön drauf stellen hier, ne? Und dann zieht man den Hebel und dann die Füße so abstoßen und dann kann man hier durch die ganzen Gegend fahren. Ist doch cool. So aus Langeweile. Ah, ja. Wir sind wieder im Biologieunterricht. Die Pilze. Also, die roten da... Die sollte man nach Möglichkeit nicht unbedingt... Ich meine, man sieht es schon. Sie sind rot, rot für... Nein, ich fange jetzt nicht wieder an. Ist ja gut. Ist ja gut. Wir gucken uns weiter um. Was haben wir hier? Ein Feuerlöscher. Hm, ein Feuerlöscher. Na toll. Hm, was haben wir hier noch? Nix. Eine Tür. Und da haben wir wieder irgendwas. 0,3. Toll. Was haben wir hier? Die Nasenpflaster, Mann. Ich hab's geahnt. Da ist er. Der Nasenpflaster, Mann. Ne, 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 ne. Und wieder Spinnen. Ah, Spinnen und Nasenpflaster, Mann. Oh je. Okay. Okay, die Tür bleibt auf. Hm. Ich will jetzt auch nicht so viel Batterien verballern. Weil... Ich weiß nicht, wann wir die Nächsten machen. Ach, ich will Batterien finden. Hm. Gucken wir uns mal hier oben. Wo sind wir hier überhaupt? Ich hab's gesehen, Schatter. Ich hab's gesehen, Leute. Aber ich will mich für wenigstens lösen. Ist das eine Lok? Hä? Moment mal. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Hä? Hä? Moment mal. Wir fangen unten an, würde ich sagen. Oh, oh. Ist das unten, ne? Oder geht das noch tiefer? Ne, oder? Warte mal, Leute. Hier sind wir reingekommen, ne? Ja, hier sind wir reingekommen, okay. Unsere erste Station wäre demnach hier. Da leuchtet was rot. Das ist nicht gesund. Rotes Licht. Gucken wir uns mal um. Wasser. Auch nicht gut. Hier ist auch nix. Hier ist auch nix. Aha. 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 Seht ihr das? Hier bitte nicht hineingehen. Dort sind Pilze. Und der Nasenfleister, Mann. Ich hab's geahnt. Gut. Also wenn wir jetzt hier reingehen, dann... Gute Nacht. Oh. Da will ich nicht rein. Irgendwie will ich da nicht rein. Aber vielleicht muss ich da rein. Ja, super. Und jetzt... Jetzt renne ich hier durch und... Oh, was ist das? Aha. Frische Bergluft, Freunde. Ach ja. Hier kann ich's aushalten. Gibt's da noch mehr von? Oh, Leute. Ich glaube, ich sterbe. Ah. Da ist noch was. Frische Bergluft. Eieieiei. Da strömt die Luft in meine Nasenflügel. Was haben wir hier? Hm. Eine Tür? Oh. Schnell hinein. Hinein. Ach. Hier ist kühl. Richtig... Ah. Guck mal. Schlüssel. Und noch ein Schlüssel. Richtig angenehm. Natürlich. Oh je. Wir kriegen jetzt sogar zwei Pakete sofort. Kein gutes Zeichen. Okay. Wir rennen wieder durch. Jetzt muss ich auch anfangen, Freunde. So. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt. So. Hm. So. Wir holen uns die frische Luft, die erwartet. Ah. Frische Bergluft. So was von angenehm, ne? Da will man gar nicht mehr weg. So. Hier war eine Tür. Und die ging auf. Okay. Aber ich will erst Luft holen. Frische Bergluft. Ach. Ist da was? Ich bleib hier. Wir machen das letzte Play zu Ende und ich bleib hier. Nein. Wir gehen weiter. Schnell hier durch. Ich komme hin. Da geht's nach oben. Da geht's nach oben. Und da geht... Ah. Was? Was? Was ist... Hallo? Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Ist das... Ist das... Moltensteel? Sind das... Ist das ne... Wird hier Stahl? Ich mein, wurde hier Stahl? Aber die lassen doch nicht halbe Stahlsachen hier liegen, oder? So mitten in der Produktion hören die doch nicht plötzlich auf. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, oder? Wird ihr euch vorstellen, dass die mitten in der Produktion den Stahl da so lassen? So. Gibt's doch gar nicht. Durch das mal an. Ist ja alles noch... alles noch benutzbar. Ich mein, da können wir ja noch was mit bauen. Und... Hallo? Komme ich nicht vorbei? Was? Down? Ab? Power? Was? Keine Ahnung. Ab. Ab. Ja, dann geh mal hoch da. Äh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ab. Hoch mit dir. Na toll. Ey, jetzt guckt euch das mal an hier. Das ist ja irre. Was ist das? Da kommt der Stahl durch. Ist das eine Walzdingensäumel? Bums da Bums. Was ist das hier? Was ist das da oben? Das da. Da. Was ist das? Kessel. Oh. Was ist das hier? Oh. Strom. Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann es hier Strom geben? Muss mir jetzt doch nicht sagen, dass hier... Wenn jetzt hier Strom ist... Dann haben wir doch bestimmt gleich hier unten wieder alles gelüftet, oder? Oh. 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 Oh, guck mal. Wie geil. Also rauf geht da. Ich traue mich nicht, was anderes zu drücken. Wenn wir jetzt hier runter gehen, ist das dann immer noch... Oh. Oder haben wir da jetzt auch alles gelüftet? Ne. Das sieht nicht nach gelüftet aus. Ähm. Ja. Wie geil. Wir haben doch vorhin einen Lock gesehen, ne? Wo geht das denn dann hier? Wenn das hier das Walzwerk ist, dann muss das doch hier irgendwo noch geschnitten werden, ne? Der Staat. Der da. Dann muss das doch hier ein Schneidewerk, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ja keine... Stahlverarbeitende Frau. Oh, wie geil. Boah. Könnt ihr euch vorstellen, wie heiß das hier war? Das muss ja irre heiß gewesen sein, wenn hier so die... Die Stahlrohre so durchgeflossen sind. Äh, gerollt sind. Nicht geflossen. Oh, da steht was. Whose simple fool decided to order Kerosin instead of Acetylen to be used in the cutter? Kerosin isn't suitable for cutting steel. Äh. Welcher kleine Na beschloss, Kerosin zu ordern oder zu bestellen, anstatt von Acetylen, um das in der Schneider, in dem Schneidewerk zu benutzen? Kerosin ist nicht tragbar für geschnittenen Stahl. Ah ja. Ist nicht tragbar für geschnittenen Stahl und Kerosin. Sind die also voll, die Dinger da... Da... Hm. Tja. Aber Freunde, da war doch noch die Lok. Da hab ich doch noch ne Lok gesehen. Gucken wir denn da an. Zur Lok. Ich weiß, ihr wollt wieder irgendwo hin mit mir, aber ich jetzt im Moment nicht. Ich will jetzt zu Lok. Was ist denn hier oben? Nix. Was ist hier? Etwas. Bei mir noch ein bisschen. La la la. La 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 la. Da kommen wir wieder runter. Na toll. Na toll. Falsche Seite oder was? Meine Güte ey. Es muss ja hier alles sehr, sehr gefähr... Na, da kommen wir auch nicht weiter. Da ist auch alles eingestürzt. Na toll. Ganz umsonst hier raufgeklettert. Man. Nein, ich mach jetzt hier keine Kletter-Junkies. Es schließt sich hier nicht Tom-Präder, sondern... Muss ich jetzt den Strom anlassen oder... Warte mal. Ich geh jetzt mal da durch. Ich mein hier rüber. Da ist doch auch noch was. Ja. Ne. Komm ich nicht hin. Hä? Was? Komm ich hier? Ja, komm ich immer da. Was ist denn hier? Was? Was ist das jetzt hier? Hä? Wieso? Ist denn hier eine Tür, die ich aufmachen muss? Äh... Hm? Warum ist hier eine Tür? Das guck ich mir natürlich jeden Pfeiler an. Weil vielleicht ist ja hier noch ein Stromknopf. Wir können das Stahlwerk wieder in Betrieb nehmen. Aber guck mal hier, die Leitung. Da ist doch alles noch... High Voltage. Da muss man doch... Ja, ich weiß. Da liegt ziemlich viel Müll rum und... Aber cool, oder? Oh, guck mal. Da oben ist ein Büro. Wir haben ja jetzt Schlüssel. Meint ihr, vielleicht kommen wir ins Büro? Äh, was? Ach! Ach, guck mal. Da brauchen wir gar nicht durch den Stinkeraum durch. Die Lok... Ja, die Lok, die will ich gleich fahren. Jawohl. So, warte mal. Da geht's ein Büro. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich bin nicht... Jetzt bin ich verarscht. Wie denn? Warum denn? Na toll. Muss ich da hinten irgendwie... Da so irgendwo... Hm... Nein, ich fahr jetzt locker. Hä? Da ist auch alles kaputt. Das seh ich jetzt schon. Da. Da hinten. Da seht ihr da. Habt ihr nicht gesehen? Da! Da geht's nicht weiter. Also braucht man da gar nicht erst lang. Ja, an der Auge sieht alles. Jawohl. Und jetzt? Ich kann jetzt nicht wieder... Nee, komm, Freunde. Da muss doch noch einen anderen Weg geben, oder? Kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier... Warte mal. Ich will Lok fahren, hab ich gesagt. Die Lok, die war da drüben. Auf der anderen Seite. Hier war die oben. Hier. Und... Da war die doch. Komme ich doch dann ins Trepp... Jawohl. Ins Treppenhaus. Wenn ich jetzt nach unten geh... Dann komme ich zur Lok. Ha! Ha! Lalehlu! Juhu! Wo ist meine Lok? Da ist meine Lok. So, Freunde. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Und werde jetzt ein bisschen Zug fahren. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht mal da hinten alle die Tore auf. Und ab geht's hier! Ja. Na komm. Will nicht. Shit. Na ja, gut. Bisschen schwierig wärs geboren. Och, guck mal da hinten. Ja, super. Ich will Lok fahren. Kann man nicht irgendwie die Lok da so... Och, Menno. Wofür war die? Ich mein, was hat die denn hier... Für ne Aufgabe? Hat die die Leute hier hingebracht, oder wat? Oder geht das hier weiter? Nö. Hier ist so ein... Hä? Ach, hier ist noch ne... Ach, okay. Das heißt, die ist da durchgefahren. Da hat sie durchgefahren. Cool, oder? Hm. War ich jetzt schon ganz oben? Da so? Da war ich schon. Da oben blinkt's. Da oben blinkt's. Na toll! Super! Na super! Na super! Drei Pakete! Jetzt sind nur noch zwei Pakete. Okay, dann machen wir's mal hier aus. Halt, stopp. Hier war richtig. Dann gehen wir da da rüber. Super! Okay, dann müssen wir ins Büro wahrscheinlich. Und da können wir dann das Stahlungetüm anmachen. Wie komm ich denn jetzt wieder auf die andere Seite? Und äh... Muss ich jetzt wieder hier ganz raus? Dann wieder hier rüber. Geil! Da wird's geil! Wie geil! Irgendwie geil, oder? Da? Da unten war das stinkende Grubenzeug. Da machen wir mal lieber am Bogen. Das hat ihn... Das rühre ich nicht an. Nachher kriegen noch einen gepankt. Da ist eine Tür. Da sind zwei Türen. Die geht nicht auf. Die natürlich auch nicht. Warum auch? Was ist hier? Ventile. Heat, Input, Press. Was? Kann ich da? Kann ich da? Input, Press, Heat. Nee, Heat ist nicht. Output, Press ist ja... Da ist ja kein Druck drauf, ne, Freunde. Wäre ja lustig, dass es hier... Die Tür, die nicht aufgeht. Also müssen wir hier oben. Was? Was war das? Habt ihr das gehört? Mann, ich krieg hier Angst. Ich will nicht. Ich krieg hier Angst. Wie bin ich hier? Ach du mal, da geht's auch noch mal zum Büro. Gucken wir denn da rein? Testen. Ah! Okay, hier kommen wir rein. Hahaha! Und schon wieder Batterie. Schon wieder drei Pakete! Wie viele Pakete brauchen wir? Freunde! Oh! Das wissen wir jetzt. Das sind die Dinger da, ne? Kann ich schon sagen. Ich weiß, ich sollte die Tastatur nicht anfassen. Aber... Aber... Sieht interessant aus. Oh, ich kann nichts einschalten. So Mist. Was ist denn hier? Oh! Ah! Jetzt haben wir sie hier auch rufen. Warum auch immer das gut ist. Und wofür das gut ist, keine Ahnung. Kein Strom. Kein Druck. Kein Stahl. Kein Druck. Kein Stahl. Kein Stahl. Kein Stahl. Kein Stahl. Ach, hör auf. Was? Was? Was war das? War ich das jetzt? Da! Hä? Hä? Habe ich da jetzt irgendwas verdreht? Seltsam. Aber hier ist Saft drauf. Das gibt es auch gar nicht. Hier ist Saft drauf. Ich sag mal, können wir jetzt Stahl produzieren? Oder was ist hier los? Also wir sind jetzt in dem Büro drin. Jetzt geh ich mal da ganz oben. Neugierig. Was hier ist. Was? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Was? Was ist das? Das sieht nicht nach Stahl aus. Was? Was? Ich glaube, das... Wollen wir denn noch höher? Irgendwie müssen wir da oben. Da. Da. Habt ihr gesehen, da oben hat was geleuchtet? Da. Da haben wir noch einen hoch. Da hat irgendwas geleuchtet. Hab ich grad gesehen. Da. Ladel Shader? Ladel Shader? Ladel Shader. Äh, Shader. Was ist das? Was? Was? Was passiert jetzt hier? Was ist denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Hallo? Hallo? Dafür? Und jetzt? Was? Was passiert jetzt da? Was? Hallo? Und dann? Was? Wo will der damit hin? Hier geblieben! Oh nein! Wo will der jetzt damit hin? Da unten ist doch nix! Scheiße! Und jetzt? Wo will der denn jetzt? Verdammt! Wie komme ich denn jetzt da runter? Hallo? Hallo? Gibt's hier keine Treppe? Na toll! Jetzt ist er unten! Wie komme ich denn da jetzt runter, Freunde? Ich will da jetzt runter. Ah, da! Und dann? Wo ist der denn jetzt? Ich bin ja jetzt voll neugierig geworden. Wo ist der jetzt hier mit seinem Lädel? Lädel? Hä? Hä? Der ist doch gerade hier oben? Oder ist das eine andere Halle? Ach, Menno! Ach, Menno! Der ist doch gerade mit seinem Ding hier nach unten gefahren. Ne, der ist dahinter. Na toll! Komme ich hier irgendwie? Ne, komme ich nicht hoch. Ja, aber... Hallo? Ich bin hier. Ich gucke mir jetzt alles an. Der ist doch jetzt hier nach unten gefahren. Wo? Da... Achso, das Ding steht da noch. Aber wie komme ich denn jetzt da runter? Da muss doch eine Möglichkeit geben, irgendwie da runter zu kommen, oder? Eine Tür. Eine Zur-Tür. Eine Zur-Tür. Würden wir das jetzt was bringen, wenn ich jetzt hier drüber komme? Irgendwie nicht, ne? Was ist das denn? Lüßtisch. Irgendwie bringt mir das ja nichts. Ich kann ja auch so da hin, aber... Das ist jetzt komisch. Jetzt ist das Ding runter gefahren. Jetzt weiß ich aber nicht, wie komme ich denn jetzt da unten hin? Muss ich jetzt mit dem Zug fahren? Ja, da bin ich mit dem Zug fahren, Freunde. Sieht ja echt geil aus hier, ne? Aber wo bin ich jetzt hier? Aber wo bin ich jetzt hier? War das der Weg, den ich gekommen bin? Von hier? Ja, ne? Oder... Ja, ich bin hier, ne? Ja. Entschuldigt. Ja, ich bin hier, genau. Und da komme ich nicht rein. Na, super! Na, klasse. Und warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kannst du ja gar nicht Geoff proposieren. Ey, jetzt will ich hier Stahl kochen oder? G Geht gar nicht. Freunde, das ist voll hier. Wir sind im Stahlwerk. Ja... Ich sag' einfach mal, bis zum nächsten Teil, bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüss! Bis zum nächsten Mal.